Ich bin Sauer Würfel gegen z.o.g. Folgendes ereignete sich gestern gegen 21.50 Uhr. Ich ging zum Fenster, wollte die Zeige rauslassen und auf einmal ging es... Puff, ne? Etwas Bombenähnliches hat sich entladen. Und zwar nur 50 cm von meinem Fenster aus. Das war schon komisch, ne? Es muss mich jemand beobachtet haben, weil es genau in der Sekunde geworfen wurde, als ich das Fenster aufgemacht habe. Aber deswegen mache ich eigentlich kein Video. Wir wissen persönlich nicht, was für eine Art Pyrotechnik das war. Einen Täter haben wir auch gesehen, aber darüber werde ich jetzt öffentlich kein Zeugnis abgeben. Okay, ich zeige euch jetzt einfach nur die Einschussstelle, sag ich mal, wo das auf dem Boden lag oder in den Boden reingegangen ist. So, das hier ist das. Hier ist die gezündet worden. Habt ihr hier irgendeine Ahnung, was das sein könnte? Weil mir fällt da nichts zu ein. Das ist ziemlich krass, ne? Guck mal. Gut, ich gehe jetzt wieder rein. Eine Sekunde. So, hier ist so ein blödes Netz. Das büsse ich jetzt so durch. Ja, kann mir das jemand irgendwie beschreiben, was das sein könnte? Weil als ich nämlich rausgeguckt habe, dann entbrannte ein Feuerball mit einem ohrenbetäubenden Knall. Ich glaube, das war ein Pyrotechnikanschlag. Aber mehr kann ich auch nicht dazu sagen. Aber vielleicht kannst du mir etwas dazu sagen. Vielleicht kennst du dich ja aus mit Pyrotechnik. Weil das Gras ist rundherum völlig abgebrannt, wie du gesehen hast, ne? Ja, keine Ahnung. Ich hoffe von Herzen, dass du mir etwas dazu sagen kannst. Aber wichtig ist, dass du mich nicht verarschst. Deswegen werde ich die Kommentarfunktion ein für sich, ne? Nicht auf öffentlich stellen, sondern ich werde alle Kommentare vorher kontrollieren, ja? Alles klar, bis dann. Tschüss.